Es ist draußen kalt, es hat geschnallt, wir haben minus 2 Grad oder so richtiges Dreckswetter und was hilft gegen die Kälte? Richtig, ein Workout von Pamela Reif Das machen wir heute nach, beziehungsweise ich mach das heute nach Ich hab das Ganze schon mal gemacht, war das Ultrascheiß Und genau deswegen machen wir das Ganze heute nochmal Wir haben ein Workout von Heartbeat on Fire 10 Minuten Workout von Pamela Reif Wir stürzen uns rein Ich hab hier sogar eine Fitnessmatte, ne? Der Profisportler, Workoutler auf YouTube Pamela Reif 2.0, viel Spaß Okay, 10 Minuten Heartbeat on Fire Keine Ahnung, sieht man das noch mit einer Mucke Ich kann das natürlich nicht nehmen Okay, erstmal ganz spannend lockern Erstmal ein bisschen, ich hab auch den ganzen Tag noch am PC gechillt Erstmal so ein bisschen, ja, okay Irgendwie ist das Tanzen Ähm Nein, erstmal so ein bisschen lockern Klar, easy, macht man immer vor einem guten Workout Und, äh, oh, ja Wir legen los mit Spritten Das, äh, wird super Okay, Pause Oh ja, okay Alle, jede Übung geht so 20 Sekunden Sie macht das Sie fahr wirklich so ein bisschen Okay Meine armen Nachbarn Sorry Äh, ja fiber welcher Auf Liebär Wiebär Du sie auf Und einfach 我们 Ja Ey, ich bin Vf. der Puste, holy shit, hallo, moin, alter, okay, ach nee, okay, hä, what the fuck, der, holy shit, Fabina, entfand ich, hä, ah, ja, jetzt hab ich's raus, jetzt haben was, guck mal, sag, sag, oh, ja, ja, wir wissen alle, du bist Profisport, ja, okay, komm, mach, nächste, komm, was haben wir jetzt, okay, so, A bis hin, okay, that's easy, okay, also, okay, hä, entspannen, ja, entspannen, okay, oh, Gott, hä, holy shit, wie kann man das da auch nachmachen, jetzt mal ernsthaft, da kann man doch nicht gut mit, oh, ja, ey, by the way, an alle Sportexperten, die möchtet gern Gymprofis, wenn mir einer von euch nur, immer in die Kommentare schreibt, wie schlecht ich die Übungen ausführe, ihr werdet alle gebannt, ich war noch nie im Gym, scheiß drauf, es, es, ja, holy shit, wie, was, wie, wie kommt man da drauf, so, holy shit, was ist, ist das, hä, Alter, das ist voll anstrengend, also, wenn man Übungen braucht, da ist Pamela die richtige, holy shit, ja, wie, oh mein Gott, oh Gott, meine Beine, holy shit, aber mir ist jetzt auch nicht mehr kalt, das ist ganz entspannt, oh, oh, nee, was machst du, ach so, halten, okay, seht ihr das, ich weiß nicht, natürlich, vor allem, wie kann sie noch so gut dabei aussehen, holy shit, hä, was, oh man, holy, ich check das, ich raff die Übung nicht, stop, langsamer, man muss dieses Video eigentlich auf halbe Geschwindigkeit stellen, okay, ja, ich glaube, das ist auch nichts für Anfänger eigentlich, okay, okay, easy, das ist gut, ja, easy, fühle ich, meine arme Nachbarin, oh, ja, ach, die andere Seite, stimmt, die hatten wir noch nicht, oh, warte, so, und wieder, okay, oh, hä, warte mal, sie macht, okay, sie macht immer irgendwie so, so, zack, zack, hä, holy shit, ey, das ist auch ein vor, da kannst du nur tun, oh, mein Gott, wie viel haben, wir haben gerade mal fast die, an die Hälfte, oh, mein Gott, was kommt da noch, oh, mein Gott, Mann, mach doch einfach, oh, Mann, warum, was bringt das, hä, holy, okay, immer ein bisschen Spannung, so, okay, bis hin, ja, oh, ja, ja, wahrscheinlich, oder, wisst ihr was, ich hasse Sport, ich mache auch eigentlich so gut, wenn ich Sport, deswegen weiß ich nicht, warum ich sowas mache, falls euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, ich, ich gehe jetzt sterben, äh, war nur ein liebes YouTube-Team, ich auge mich jetzt im Bett, holy shit.